Hallo Leute, willkommen zurück zu Adventure Island 3. Ich habe ein paar Stunden verstreichen lassen, ja, seit der letzten Aufnahme, die ja wirklich... Ne, das war wirklich extrem kacke. Und ich merke gerade, das Spiel ist nicht besser geworden, ja. Es sind immer noch solche scheiß Sprünge mit herunterfallenden Plattform-Teilen, ja, dass ich mich wirklich schön darüber aufregen kann. Aber das Ganze ist... Oh Gott! Ja, ist ein bisschen freundlicher gestaltet als das letzte Kacke-Level, das wir zusammen gesehen haben, ja. Deswegen alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Und, äh, ja. Okay, das war's auch schon. Super Level, nicht wahr? Toll. Ja. Aber das ist das erste Level, das werde ich bestimmt wieder ganz oft nachspielen müssen, deswegen sage ich einfach mal noch nix, ja. Und wir sehen uns... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Ja. Sehen uns den Kack hier mal an. Oh, nein. Geh weg. Was ist da drin? Was ist da drin? Ein... Joa, warum auch nicht? So ein Dino kann ich jetzt extrem gebrauchen. Oh, fuck. Ja, okay. Immerhin kann ich damit einen Hit mehr einstecken und da war ein Secret hinter mir. Habt ihr's gesehen? Fuck. Ja, das ist immer schade. Äh, nein! Oh Gott, das war knapp. Ja. Wenn ich jetzt das auch wieder auf Anhieb schaffe, dann... ...hab ich irgendwie... ...was Gutspielendes geschluckt irgendwie. Oh Gott, das war wieder so... ...überknapp, ja. Hallo! Wow, wow. Wow. Wow, wow. Ich... Wie gut bin ich bitte gerade? Äh, was ist los mit mir? Einmal so, ah, zack, zack, zwei Level. Kein Problem, hier hast du. Wow. Äh, den Bumerang nehme ich mal mit, ja. So. Oh Gott. Hallo, Häschen. Äh, Häschen stirb. Ja. Was ist da drin? Aha, ein Hammer. Oh Gott, ich kenne diese Pinguine. Ja. Ich wollte schon sagen. Die machen das Schnee vom... Oh Gott. Das Schnee vom Himmelfeld. Die kennt man noch aus... Wow, das war knapp. Aus Teil 2. Ja. Sterb-Pinguin. Alles klar. Ich muss... Was? Wo? 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 Da? Aha, da. Alles klar. Mal nachsehen, was da für ein Geheimnis ist. Irgendwas Tolles? Was? Wie viel Leicht es gibt? The Boss sind es... Äh, ich mag das Spiel zwar nicht, ja. Aber... Nee. Nee, so will ich nicht gewinnen. Das wäre echt lame. Nee, so nicht. Das... Nee. Aber es ist gut zu wissen, dass ich diese Möglichkeit hätte, ja. Was da drin? Ein Dino. Perfekt. Also was heißt perfekt? Ich hätte jetzt lieber was zu essen. Da war schon wieder ein geheimes Ei. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wie viele Secrets gibt es denn hier? Skateboard. Ja, hm. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Klar. Warum auch nicht? Äh. Äh. Ich verhungere gleich. Hallo? Hallo? Nein! Nein, da wäre das Ende gewesen. Ficken! Okay. Okay. Okay, okay. Okay. Ist machbar. Ist machbar. Hätte ich nicht so viel Zeit am Anfang mit diesem Häschen verschwendet, hätte ich es bestimmt geschafft. Scheiße. Ja, komm. Es geht, es geht. Doch, dieses Level ist machbar. Das war wieder scheiße knapp. Wo waren jetzt diese, diese ganzen Dingen? Ja! Äh. Äh. Fuck. Warum schaffe ich jetzt das nicht mehr? Hallo? Häschen. Tschüss, Häschen. Zack. Äh. Äh. Hallo? Ja. Ja. Toller Bumerang. Super. Riesen-Erfindung. Ole, ole. Applaus, Applaus, Applaus. Toll. Super. Ne, war echt spitze. Super. Bumerang ist meine neue Lieblingswaffe. Echt. Muss ich sagen. War wirklich sensationell. Fuck. Naja. Naja. Nein! Aber es ist... Ne, diese Stage ist echt machbar. Ich hätte es ja fast geschafft. Muss man ja dazu sagen. Hier war das Ding drin. Ja, hier war es drin. Nein! Gut, gut. Felsbrocken. Jawohl. Was war jetzt da drin? Ein Dino. Ja, genau. Den habe ich ja ziemlich schnell verloren wieder. Nein! Scheiße. Da habe ich wieder was übersehen. Was heißt übersehen? Ich habe es nicht erwischt. Was da drin? Punkte für mich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ja, ich schaffe es wieder nicht. Ich schaffe es verdammt nochmal wieder nicht. Oh Gott. Doch. Ich schaffe es. 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 Okay. Ja, weil ich habe das letzte Mal definiert. Wenn ich Levels schaffe, muss ich euch die nicht mehr zeigen. Ja, ich hoffe, dass wir euch immer noch in Ordnung. Hammer lasse ich hier. Ne, dann kann ich die Levels einfach wieder für mich so normal durchschauen. spielen, ohne aufzunehmen. Versuchen mit... Wow. Ja, das da konnte ich nichts mehr tun. Super. Super. Toll. Ja, ne, da kann ich versuchen mit möglichst viel Leben durchzukommen. Und ja, wie gesagt, in meinem Tempo da weiterspielen. Wo kommt das Dreckspied da? Und dann wieder da einsetzen, wo... Ah. Das war in Ordnung. Habe ich ein Leben gekriegt? Die, 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 die. Da einsetzen, wo ich dann draufgegangen bin. Das ist... Ja, doch. Nein. Nein. Ja, komm, fick dich. Fick dich. Und da das jetzt wieder das letzte Leben ist, brauche ich auch gar keine Waffe mitzunehmen, denn, ja. Wäre Verschwendung. Es wäre echt Verschwendung. Komm, du Drecksvieh. Man, ist es wirklich zu viel verlangt, bei jeder Stage irgendwie eine Waffe zu kriegen? Ja, offenbar ist es das. So, an was bin ich jetzt da krepiert? Nein, nicht das Ei öffnen. Nein, ich... Einfach unter den Scheiß-Wiechen durchlaufen. Komm schon. Die, 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 die. Moment, Leute. So, Leute. Da bin ich wieder. Und seht mal. Wir haben das Inventar komplett. Ja. Ja, denn in der zweiten Welt, glaube ich, habe ich ein Sieg für den Tektor und sich wieder drei Dinos hat mitnehmen können. Und unter anderem war da dieser Flugdino dabei. Sehr schön, nicht wahr? Das ist sogar perfekt, würde ich sagen. Wir haben alle Items. Wunderbar. Leider nur einmal Flugdino, aber immerhin wir haben ihn. Ja, noch ein Wort zum Flugdino. Ich könnte damit quasi am Himmel eines Levels entlang fliegen und es so beenden. Der Nachteil allerdings ist, da oben gibt es keine Früchte. Ja, heißt so viel wie, wenn ich nicht schnell genug bin, würde ich verhungern. Und ja, ihr könnt euch denken, das wäre nicht so cool. Ja, macht Sinn. So, stirbt doch mal jetzt. So. Oh nein, jetzt kommt gleich was von hinten. Drüber springen. Jawohl. Hörer, bitte. Jetzt ist da, oh Gott. Jetzt ist da irgendwas gedroppt. Ein, ein NS-Controller, glaube ich. Da kommt, ja, da war klar. Ich habe jetzt mit einem Maulwurf gerechnet, aber gut. Habe ich nichts dagegen. Was kommt jetzt? Noch ein Stein. Und noch ein Stein. Vielleicht noch ein Frosch. Ne, das Ende, das Ende. Jawohl. Jawohl. Gut, 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 gut. Immerhin wieder ein bisschen was geschafft. Sehr gut. Den Hammer. Ich nehme ihn mal mit, weil ich drei Leben habe. Einfach mal so. Wobei, war das klug? Ich weiß nicht so richtig. Doch, was? Weil, ich habe da wieder einen gekriegt. Das ist sogar sehr gut. Item? Nein, nicht wirklich. Und, ja. Der Fels ist einmal den Berg hochgerollt. Natürlich. Ah, macht doch Sinn. Ein Fels, der den Berg hoch, oh Gott. Der den Fels, äh, den Berg hochrollt. Ja, natürlich. Sieht man immer wieder. Sieht man quasi alle Tage. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Da hätte ich bestimmt unten, Moment. Da hätte ich bestimmt unten langgekommen. Und, oh, Essen. Oh, Essen. Das sah richtig so aus, hätte ich da unten langgekommen. Ja, definitiv hätte ich das gekonnt. Aber, ich weiß nicht weshalb. Deswegen, habe ich es nicht gemacht. Besonders nicht, weil ich nicht sicher bin, ob ich das tatsächlich hätte gekonnt oder nicht. Deswegen, ja. Hoffe ich jetzt, dass ich das... Oh, nein. Dass ich das Level so schaffe. Äh. Jawohl. Häpp. Äh. Und da ist schon wieder das Ende. Ja. Gewisse Level, ich verstehe es nicht. Die sind einfach viel zu leicht. Ich, ich... Ja, ich weiß auch nicht. Gehen wir schon zum... Wir gehen schon zum Boss. Ach du Scha... Was ist das? Ein Krebs mit einer... Äh. Mit einer... Mit einem Morgenstern dran, quasi. Ähm. Ich nehme einen blauen Dino mit. Weil die rutschen nicht auf dem Eis. Immer... Ja, ich wollte schon sagen. Immer nach oben sehen. Damit wir nicht überrascht werden von so einem... Feuer. Jawohl. Oh, eine Menge essen. Na, was? Was habe ich jetzt da gemacht, bitte? Nein. Nein. Wird er mich bitte irgendjemand schlagen? Aber ganz feste. Nein. Ich habe jetzt quasi so gespielt, als würde ich rutschen. Und das tue ich ja nicht. Mit dem blauen Dino. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Oh, fuck. Was ist da drin? Äh. Ein Flugdingens. Oh, Gott. Ist das jetzt klug, wenn ich den habe? Nein, ist es nicht. Ich werde eh wieder gekillt von... Ja. Was? Ich bin runtergeschwebt. Habt ihr das gesehen? Ja, in so einem Level ein Flugdino zu bekommen, das ist irgendwie... Ich konnte nicht mehr schießen. Ich konnte verdammt noch mal nicht mehr schießen. Super. Ja, ich will jetzt... Ich setze jetzt wirklich auf alles. Nee, ein Flugdino. Ich meine, ja. Es ist schon cool und so, aber... Hier, wo wir nicht an der Decke entlang fliegen können, wegen den Eiszapfen... Das ist doch irgendwie ziemlich assi, ja? Aradada. Da war er wieder drin. Ja, ich muss den quasi mitnehmen. Ich muss einfach. Vielleicht kann ich ja... Ja. Vielleicht kann ich ja gut spielen, wollte ich gesagt haben. Aber so bestimmt nicht. Oh, Gott. Ja. Nee, ich schaffe das nie im Leben. Wie soll ich das bitte hinkriegen? So, vielleicht. Nein, 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 nein. Oh, wenn ich das jetzt schaffe, ja? Dann wäre ich so der... Wow. Ich würde mich so geil finden gerade im Moment. Aber so viel Glück... Was? Ich schaff's beim Erd... Wow. Wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ganz ruhig bleiben jetzt. Wo ist er? Wo ist er? Wo darf ich stehen? Das ist so die Hauptfrage. Okay, er ist da oben. Okay. Okay. Was? Was? Oh! Oh, ficken! Oh, ficken! Was? Okay, ich verstehe den nicht. Okay, ich verstehe den nicht. Scheiße, ja gut, dafür nehme ich gleich nochmal diese Kombi hier. Scheiße, auch wenn das jetzt wirklich verschwenderisch ist. Ja, nee! Das war jetzt... Nein! Den habe ich jetzt irgendwie so nicht unbedingt verstanden, wenn ich so ganz ehrlich sein soll. Oh Gott! Das war knapp. Hier ist wieder der Flugdingens. Den töten und den Flugdino mitnehmen. Aber vielleicht sind wir ja so geil, dass wir das schaffen. Nein, sind wir nicht. Ah, leck mich doch. Leck mich doch. Leute, bevor ich mich hier zu sehr aufrege, das war's für heute mit Adventure Island 3. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.